Ich komme aus einer Familie, wir haben total viel Musik gemacht, immer früher, weil wir auch eine Großfamilie sind und viel gesungen haben und ich mache das auch total gerne, ist wichtig, aber irgendwie habe ich noch nicht die Leute gefunden, wo man jetzt sagen würde, okay, man macht jetzt Musik. Ich würde es nicht irgendwo alleine singen unbedingt wollen. Chor habe ich früher viel gesungen. Das war es nicht. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018